Hallo und herzlich willkommen zurück zu Penumbra. Jesus Christ. Oh 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 oh. Ich hatte vergessen. Scheiße. So, die 3 war da. Oh Gott, nee. Great, another was so gesslich. Boah, ich seh nichts. Warum? Vielleicht weil ich hier irgendwie... Okay. Ja, ja. Diddy. Ich muss mal... Ich glaube, an das Rätsel hier kann ich mich erinnern. Hier müssten nämlich Rohrteile rumliegen. Ich guck mal, ist das nur das gewesen oder... Waren hier auch noch andere? Was ist das hier? Ach komm schon, auf und zu heim, mein Freund. Alter, du jetzt stirbst, ne? Ich hab auf 3 gedrückt, ich schuhe. Schuhe voll ist. Was ist das denn hier irgendwo? Ich sehe gar nichts. Jetzt müsste es doch irgendwie abgehen oder nicht? Das kann ich so. Mal gucken. Ich komm nochmal da raus. Da ist nichts, oder? Ne. Einfach mal klicken. Ich komm mal hier mit. Ich komm mal hier mit. Ne. Ich bin... Ja, ja, ist das das? Oh Gott. Was? Das weiß ich dann. Das weiß ich nicht. Ja, ja. Ist okay. Fisch. Wiff. 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 Wann ist das Anycup-lauen? Haha. Ähm. Bist du trotzdem nicht da rein, oder was? Was ist das denn für eine kalte Wartemal? Kann ich die nicht irgendwie... Wo ist denn? Hau! Komm ich ja noch nicht weiter, oder was? Muss doch. Kann nicht wahr sein. Hier muss doch irgendwas sein, ganz ehrlich. Ja, ja, die ist jetzt hier... Oh, ja. Warte mal hier. Super, super, super. Oh, ich weiß nicht, wie ich hier weiterkomme. Ich hab das total vergessen. Müsste ich das irgendwie... Ja, das ist richtig so, oder? Das ist richtig so. Ich hab das Gefühl, das ist die heutige Folge, dass hier gar nichts passiert. Soll ich hier schon hin? Bin ich hier fangt? Ist doch egal, wo man hin ist, oder nicht? Das soll die Mülle in die Toilette tun. Das ist das Wichtigste. Wieso geht der nicht ganz runter? Was soll das? Ich schau mal kurz in meine To-Do-List. Ich hab das Gefühl, dass ich hier noch nicht hin kann. Dann gehen wir mal woanders hin. So, wieder zurück. Happy Number. Oh Gott, ich will hier nicht weiter. Also ich komm da wirklich nicht weiter. Ich hab keine Ahnung, was ich da... ...tun soll. Wo gehen wir denn jetzt hin? Research Room, würde ich... Mama... Da war... Da war ein Vieh, da war ein Vieh. Aber wo? Wo geht's denn da hin? Kenner 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 Fuck you Oh Wie Bleibt der Zeit Ist der da immer noch? Oh Gott Mama Hi Ich bin's Alter Rass du doch mal raus ey Scheiß Vieh Verpiss dich Verpiss dich Verpiss dich Verpiss dich D mechanism Verpiss dich Verpiss dich Verpiss dich Verpiss dich Verpiss dich Gehmer von mit Nitrogen ich kann wenn er aus dem Wasser Bücher Blablabla Speicherstationen mann die Tür einfach mal zurückgucken zu nichts nichts und nichts 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 äh, Batterien, Bücher da kann man gucken ähm, der ist wohl im Arsch it's blocked from the other side kommen wir hier rein, sauber Fackeln Kanister äh, da war was, da war was, da war was, da war was sehr gut ähm, ähm ja gut, mehr ist hier anscheinend nicht äh, gucken, wie wir in die andere auf die andere Seite kommen und was es hier zu tun gibt bis zum nächsten Part Ciao, Leute Ciao, Leute Vielen Dank.